Bitteschön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz. Im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Gibt das auch für das Regierungsverschreiben? Jawohl, mein Führer. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum. Keiter, Jäger, Krips, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist wahr, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das einfach genau? Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ich setze Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur als wittigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle Höhrenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganze Roppa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Ansonsten! Bitte gerne! Jetzt beruhige dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse Irren Sie sich gewaltig Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen Die Kugel